Es ist noch viel zu tun und deswegen gibt es Kanäle wie mich, es gibt Kanäle wie den Roman, den Blog Trainer oder auch andere Kanäle, die ihr auf diesem Weg helfen und darum geht es auch. Es geht nicht nur darum zu sagen, jetzt, let's fucking go, jetzt kaufen, jetzt verkaufen, ich sage euch, was ihr tut und dann werden wir alle reich. So kann es vielleicht auch gut gehen für den einen oder anderen, so ist aber in der Regel nicht das Spiel, so funktioniert die Finanzwelt einfach nicht. Geht langfristig an die Sachen dran, wie ihr langfristig investieren wollt. Trotzdem bin ich auch jemand, der ganz klar sagt, Altcoins machen mir persönlich Spaß. Es ist Action drin, nicht nur in Volatilität, sondern auch in den Anwendungen. Ich zeige euch auch Videos, wie ihr Wallets einrichtet, wie ihr die Netzwerke ausprobiert, ob ihr da einen Mehrwert seht, auf einer dezentralen Börse zu handeln, vielleicht sogar für viel Geld. Erstmal egal, das muss ja jeder für sich wissen, wo er dann seine Kohle lässt. Mir persönlich macht es Spaß und mein Ziel ist es, in diesem ganzen Krypto-Hype, in der ganzen Phase, die wir gerade aufbauen, wir erleben eine Phase, wo wir Early Mover sind. First Mover, also First Mover vielleicht nicht, aber Early Adopter auf jeden Fall noch. Und es findet noch eine Preisfindung statt. Und das gilt für alle Kryptowährungen. Natürlich sind die in den kleineren Segmenten noch mit höherem Aufholpotenzial, weil einfach mehr Fantasie drinstecken kann. Fantasien, die aber so schnell zerplatzen können, da könnt ihr gar nicht gucken. Und deswegen achtet da einfach drauf, solche Sachen kurzfristig mitzunehmen. Hype-Phasen auch zu reiten und im richtigen Moment auch ein- oder auszusteigen. Jetzt gibt es nicht den richtigen Moment, da braucht ihr auch nicht darauf warten, dass ihr den von mir jemals zu hören bekommt. Aber es gibt zumindest auch die Erkenntnis und auch Zyklen oder Themen, die sich wiederholen, wo es dann quasi fast ein No-Brainer ist, hier vielleicht auch mal ein bisschen was zu riskieren. Also ich interessiere mich zum Beispiel, kann ich auch mal offen sagen, für Cardano und die ersten dezentralen Börsen dort. Denn was auf anderen Chains funktioniert, wird auf Cardano sicherlich auch funktionieren. Denn die Community ist stark genug und was da dann kommt, kann durchaus interessant werden. Und dezentrale Börsen, jetzt allein durch die China-Geschichte sowieso, vielleicht auch relevanter denn je, die werden auch nicht so schnell verschwinden. Die werden wir noch eine ganze Zeit lang auch haben und sicherlich sehr lange noch. Wo die dann am Ende sind, ist mir aber erstmal dann egal. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich nutze sie heute. Ich kann heute vielleicht auch daran partizipieren, dass der Netzwerkwert mit dem Nutzen und den Nutzern eben steigt. Und wenn sich das finanziell für mich lohnt, ist das umso schöner. Ja, aber denkt da dran, auf diesem wunderschönen Weg nach oben, der sich ja so toll anfühlt. Wenn die Kerzen grün sind, kann man nicht oft genug drauf gucken auf das Portfolio. Wenn es brennt, dann schmeißt man es am liebsten an die Wand. Verliebt euch nicht. Verliebt euch vielleicht in Bitcoin. Da sehe ich auf jeden Fall auch das langfristigste Potenzial. Vielleicht Ethereum. Es ist aber dann schon schwierig zu sagen, was ist in zehn Jahren wirklich noch da. Und nehmt dann einfach diese kurzen Phasen mit. Vielleicht habt ihr Glück, auch dann so einen Hype gut genutzt zu haben, wie zum Beispiel jetzt dann die NFT-Phase, den DeFi-Sommer. Die Sachen wiederholen sich. Am Ende habt ihr hoffentlich mehr Bitcoin, weil ihr auf dem Weg nach oben verkauft und auf dem Weg nach unten einkauft. Und nicht andersrum. Die meisten machen so, warten bis es so gestiegen ist, die grüne Kerze so explodiert, dass man gar nicht mehr weiß, wohin. Wer da einsteigt, der braucht sich nicht wundern, wenn er dann Verluste macht. Und Verluste macht er dann, wenn er sie natürlich auch erst realisiert. Aber bei einer 100- oder 200-Prozent-Kerze in der Woche, da braucht man jetzt auch nicht mehr rein. Achtet da einfach, bewegt euch smart, schichtet um und verliebt euch nicht. Geht auch nicht zu wild in die Kleinwerte, sondern baut das langfristig auf. Das schont Nerven und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, das hat mir auch immer am meisten Geld gebracht. Meine besten Positionen sind Bitcoin, sind Ethereum, die ich natürlich auch früh schon gekauft habe, aber einfach langfristig auch aufgebaut habe. Dann sind natürlich immer mal ein paar Outperformer dabei, aber das sind die wenigsten. Da ist auch weniger Geld dann oft drin. Zu viele Coins und zu viel Pump and Dump. Didi Motorsport, definitiv. Wir haben viel Schrott eben auch im Space. Und da kann ich dann natürlich auch diejenigen verstehen, die sagen, hier Bitcoin only, die einzige Wahrheit, to the moon, forever, only up und hast sie nicht gesehen. Genauso kann ich auch am Aktienmarkt sagen, okay, komm, ich gehe jetzt nur in ETFs, gehe voll diversifiziert rein, nehme die ganz normale Kursbewegung am Markt mit, partizipiere dann eben mit dem Sparpand, fallende und steigende Kurse. Im Mittel habe ich dann so meine 5-8% hoffentlich, was ja schon extrem gut ist. Und let's go, 40 Jahre und Abfahrt, hoffentlich dann im Alter genug Geld, um sich was leisten zu können und eben auch private Altersvorsorge betrieben zu haben. Finde ich gut, finde ich richtig, sollte auch der Hauptteil im Portfolio sein. Das gleiche gilt auch beim Cryptospace mit Bitcoin. Ja, dann, wenn Bitcoin jetzt auf 150.000 steigt, ist 300% Steigung oder ein bisschen mehr noch, fast 4, 4x von hier aus. Ja, was schon extrem viel ist, aber manchen reicht es nicht. Die wollen da die 100x, die wollen die 200x, aber die Wisse bei Bitcoin und allem, bei den Größeren eben auch nicht mehr sehen. Das wird schwierig, das wird ewig lang dauern und dann muss man sich auch fragen, was ist denn das jetzt eigentlich noch an US-Dollar tatsächlich wert. Dann spekuliert man eben mit kleineren Werten, das macht man im Aktienmarkt ja auch. Da gehen Leute auf Einzelwerte, auf Penny Stocks. Wenn man sich damit auskennt, wenn man sich damit wohlfühlt, let's go. Ja, manche sind erfolgreich, manche nicht. Wenn ihr dafür kein Händchen habt, dann lasst es lieber. Dann empfehle ich auch jedem, eher eine defensive Strategie zu fahren, eine kontrollierte. Da lässt sich auch viel besser schlafen und es geht einem trotzdem nicht schlecht. Denn nichtsdestotrotz, und da guckt nur mal auf Bitcoin drauf, die Outperformance der letzten Jahre spricht für sich. Und auch in Zukunft sehe ich hier noch Potenzial bei Bitcoin, auch wenn wir jetzt schon bei 40.000 sind. Deswegen bin ich ja auch hier, aber ich will mehr Bitcoin und deswegen gehe ich auch mehr Risiko. Aber mir ist das Risiko bewusst. Und das sollte jedem von euch einfach da draußen bewusst sein. Es ist ein Risiko und eben nicht dieses, ich kaufe das und lege das einfach mal ein paar Jahre hin. Das Ganze bei Alt könntest du nicht machen, da wirst du unglücklich. Das Ganze bei Alt könntest du nicht machen, da wirst 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 du nicht machen, da